Musik Wir sind die Familienbäckerei Greipmeyer in Grafing und es gibt es seit 1880. Ich bin die Magdalena Greipmeyer, ich bin in der sechsten Generation und wir haben 2023 einen Neubau mit energetisch höchstem Standard gebaut. Wir haben uns für energieeffiziente Rototherm WP Öfen entschieden in Kombination mit der Wärmerückgewinnung der Firma Gansenmüller. Da wir dadurch die ganze Wasserheizung uns einsparen, also wir bekommen aus dieser Wärmerückgewinnung ein 85 Grad warmes Wasser in unserem Puffersprecher. Somit können wir die Spülmaschinen komplett ohne Aufheizen betreiben. Unsere Betonkernaktivierung läuft komplett mit diesem warmen Wasser. Die Fußbodenheizung läuft komplett über die Wärmerückgewinnung der Öfner und auch das ganze Brauchwasser läuft alles über die Puffer, über die Wärmerückgewinnung. Und somit sind wir relativ autark und müssen kein Wasser heizen. In Bezug auf die Energieeinsparung ist es so, dass wir bei der CO2-Abgabe ja auch den Vorteil haben, dass wir keinerlei Kosten in dieser CO2-Abgabe haben. Die CO2-Abgabe steigt und für uns werden aber keine Kosten dadurch entstehen. Der Service von WP und auch von der Firma Gansenmüller, damit sind wir sehr zufrieden, weil die Firma Gansenmüller kann die ganze Anlage warten, ohne dass der ganze Betrieb gestört wird. Die Anlage steht über den Öfen und somit läuft alles ganz normal weiter. Und auch der Service von WP ist sehr geschätzt bei uns, da die Techniker jederzeit zu uns kommen, immer vor Ort sind und uns immer mit gutem Rat zur Seite stehen. An alle Bäcker, die neu bauen, die sanieren, kann ich nur sagen, baut euch eine Wärmerückgewinnung von der Firma Gansenmüller in Kombination mit der Firma WP ein, da das Ganze einfach für einen Betrieb unschlagbar ist. WP-WP-WP-WP-WP-WP